Hey, Lollapazuzu, ich feiere jetzt auch mit. Bist du bereit für mich? Ich bin die ganze Zeit bereit. Mein Safe Word ist, mach weiter. Ich brauch keins. Oh, doch. Ich bin nicht krankenversichert. Du hast ein gutes, robustes Männergesicht. Ich will jetzt krasse Sachen mit dir machen. Ach, wirklich? Ja. Okay. Weg mit der Hose. Tut mir leid. Normalerweise sage ich das netter, aber ich bin zu betrunken und zu stoned. Los, leg einfach die Kronjuwelen frei. Weg mit der Hose. Okay, ich bin zu dabei. Ja, geh los. Hast du Kinder? Zwei Mädchen in Korea. Sie fehlen mir wahnsinnig. So weit weg. Ich hab Haare von ihnen in meinem BH. Ich vermiss den Geruch meiner Tochter, wenn sie frisch gewaschene Haare hat. Ist sie tot? Nein, ich wusste nicht genau, wo sie ist den Sommer über. Wie abgefragt ist das? Willst du gedrückt werden? Kannst du die Chaos-Brau drücken? Katie, was ist mit dir los, Baby? Oh, sieh dich nur an. Nicht weinen, sonst muss ich auch weinen. Eine Psychonoma jagt die andere hier. Ist wie koreanische Theater. Achtung! Der Halk ist alle. Ich kümmere mich drum. Die Party-Mamme rettet euch. Okay, wir legen gleich los. Eine Sekunde. Okay. Hallo. Hey, du bist meine Nummer eins. Legen wir mal ein Zahn zu. Weißt du, für was es jetzt Zeit wird? Nö. Es wird Zeit für Kerzenspielchen. Oh, oh. Ich sollte dich warnen, dass es damals nicht so gut gelaufen ist, als ich mit Frankenstein Sex hatte. Feuer, Böse. Ich bin bereit. Oh, oh. Ich dachte nicht, dass es will. Das wird... Oh Gott, ich dachte nicht, aber ich stehe drauf. Sehr gut. journey. Ich bin bereit. Woミ das dritten ist. Jagileribe. Dieckebe ich granite. Hier kolme Dios φielen. Ich bin bereit. J Pollockschimmer, � nickibly bek." Mont courage.